Als die Situation gesehen hat, glaube ich, meiner Meinung nach war es nicht gerecht. Es war auch nur ungerecht, weil wer wollte auf dem Tor schießen, geht der Schuss, geht daneben und gibt auf einmal einen Korner. Das habe ich nicht einverstanden. Ich meine es nicht die Situation, sondern was Sie gemacht haben. Ich glaube, da war der Vogel dabei, oder? Nein, das war nichts. Da war kein Vogel dabei. Das war eigentlich von meinem Mitspieler, der Walter Hoffenheim, der ist mir entgegen gekommen und ich glaube, er hat ihn zugeteilt. Herr Platz, für Sie war es ein eindeutiger Platzverweis? Selbstverständlich. Sie haben ja vor dem Spiel etwas gemacht, was nicht jeder Schiedsrichter macht. Ja, ich bin vor dem Spiel in die Kabine gegangen, zu beiden Mannschaften und habe sie auf die Schwerpunkte, auf die wir besonders Wert legen, darauf aufmerksam gemacht. Und das sind unter anderem die persönliche Kritik, beziehungsweise die Gestik. Ich wollte es weiter an den Ball wegtragen oder den Ball wegschießen. Und was hat er genau gemacht? Er hat mir den Scheibenwischer gezeigt nach dem Eckstuss.